es hat jetzt leider niemand mitgekriegt aber in dem moment wo ich mich bereit machte die aufnahme zu starten hat der regen aufgehört ist das nicht schon also die schluchtenrütter bewegen sich nach außerhalb und diesmal dabei die und seine lindlichkeit seine oder ihre meine lindlichkeit also wessen jetzt deine meine deine ich folge dem schilder fahrt weil sonst würde ich mich hier verlaufen ja das muss auch mal geklärt werden gell also nur dass das mal endlich mal ausgesprochen wird mein gott wie ich jungen war gab es hier noch keine autobahn damals haben aber eine da unten hat aber einer gekrackert gerade noch also aber ich weiß nicht wer es war etwas langsamer ja bitte wo retten wir ziehen weiß ich nicht ich bin den schildern nachgeritten weil ich dachte die anderen tun das auch da über fluss drüber dann steht aber ein schild falsch dann muss man die dummen schilder auch lesen ja danke hast du aber mit mir hingekriegt dann also dann funktioniert es ja wunderbar ja idioten test bestanden matze ist drauf reingefallen auch kinders warum eigentlich immer ich ja wenn sie hoffentlich kleine kreise ziehen wir müssen langsam gehen wegen pizzi der arme nein 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 ich bin da er ja der ist im zweifel schneller als wir wahrscheinlich da alle da so dann gehen wir doch mal schauen jetzt gehen wir noch weiter ihr wollt ja dorthin wo ich normalerweise immer das hier holen oder gut dann einfach dann weiter und muss man schild auf der Kräte ich bin 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 ja ich weiß ich hatte Spaß an diesem Schilder merkt man gar nicht so da ist ein Dilo da ist ein Dilo da ist ein Dilo muss man in meine Fallen schauen da ist ein Dilo nö 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 da ist will auch nö 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 seh nix ach du hast einen Schaden mhm so war der Plan ja dass wir das wir ich brauche die Dilos wie jetzt wir haben einen Plan ja natürlich haben wir einen Plan wir haben 300 ich habe noch hat dir keiner den Plan erklärt nein oh Gott äh die Weltformel ja äh die antwort war doch 42 auf alles aber nicht auf das doch auf alles den bogen mache ich immer das ist renntakt macht das auch mal umsehen ja genau aber ich weiß dass sie die sport ist ja das ist gut die war nicht genau da da unten müsst ihr aufpassen das rex gebiet nicht nur rechts also ist katzen oder hallo hallo ist rechts zwei stück weg 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 ja da sind alles ja wir müssen noch vorbei ja gut dann gehen wir mal von ihnen in stellung und guck noch mal so glatt kriegen kommt dann lasst uns die viecher mal irgendwie hinten hinstellen dass sie waren warum ich kein tier genommen haben ja dann bist du nicht so gut wie sie ihre ja da stehen da schaust du die tiere alle auf passiv sind er gut dass ich genug feile mit habe ich bin gespannt ob ich genug feile mit habe alles ordentliches kaliber ja schießt jetzt von da oben runter nein ich schieß noch gar nicht ich muss erstmal gucken wenn ihr wollt von da oben runter schießen was ist mit der gegenüberliegenden seite da drüben schaut ja mal das problem ist dann sind sie in relativer nähe zu unseren tieren wenn dann anbaut und hier oben da kommt ein kann auch noch geld hier drüben da oben genommen ja 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 die macht doch nichts macht doch nichts hier sind sie doch gut hier sind sie super mit jungs ich stehe hier aber die machen auch aber auch ja kommt hoch kommt eine tasche höher ja ja die kommen auch hoch ich bin tot jeder jetzt auch gar nicht mehr hin ja doch ja bin ich jetzt die einzige noch da aber ich bin bei den tieren ich habe mir gemacht und habe mich erst mal verkrümmelt mal bei den tieren so ich habe jetzt ein problem meine mein crossbow ist kaputt und ich habe keinen bogen scheiße ja kann ich dir mit irgendwas gerade helfen nein hast du einen crossbow nein einen bogen also nein nicht übrig ne ich könnte dir eine feite geben dann nimm den bogen bitte und hauen dann rein die haben einen aggro auf mich ja mach die schauen mich schön an und ich kann nichts tun ja treffen müsste man jetzt können jetzt hast denn dann aber eins noch weiter super 33 schaden das ja ich habe jetzt zwei sperren die nase gejagt was siehst du man sie da hier sind wir halbwegs safe es würde gehen soll ich einfach weitermachen mach weiter ich komme irgendwie mal falls wir uns mit bringen kann ich behalten ich habe leider irgendwie ein bett erwischt was im wald stand ach dann bist du in unserer nähe ja ja ich bin da auch gespawnt halt schön ruhig so ist es gut da einfach warten wir rennen da rennt siehst du dann wenn es zähig ist sicher bis das trifft wir haben ja zeit ja da kann uns momentan nichts passieren sag mal hier gibt es keinen grünen strahl oder sollte nee der ist nicht da okay ist möglich dass er sich beim update verabschiedet hat dass das wieder aus der inni rausgeflogen ist na kommt schon ihr beiden macht sie gehen nicht weiter nach vorne ist gut was dann wo liege ich denn was denn pt na ich habe ein problem du bist eine etage drunter gewesen lieber ja ja ich weiß die sind auf der flucht die kommen immer wieder zu ich lag da irgendwo wunderbar machst du das matze das problem ist einfach wenn ich sag mal drange dann soll ich mal die klippe runter locken ich habe nichts weiter hier warte mal ich guck mal habe ich sehe hier nicht alle jungs aber dann links er ja genau in die richtung und wo seid ihr damit oder wo bist du damit ich bin weiter zurück gelaufen ich komme gleich äh wo bin ich denn was ist denn das für ein bett sitzt im kornfeld das ist das bett auf dem feld warte mal vielleicht nehme ich das einfach mal hier weg ähm wo seid ihr denn überhaupt jetzt ich hab hier auch menschen noch dort wo wir sie gelockt haben ja ja da ich in der zeit tot war ach ich sehe matze ich versuche mal ich versuche mal hier irgendwo von den anderen liegen oder hier müsste mein gelomb irgendwo liegen hier müsste ich auch irgendwo da oben liegen ja gut die die beim knabbern meißen die euch ein stück weg also ich bin darunter gefallen von diesem an diesem ding da diesen vorsprung mal ob man nutze gefunden wo seid ihr jetzt noch ich bin dort wo man es hingelockt hatten pc auf dem weg nach oben kann ich jetzt mit der reittiere runterkommen momentan ja hallo brontos hier sind viele platte am besten stehen warte so kann mich irgendwer verarzten ich habe einen knochenbruch kann mal her ich schau mal ob ich kann also warte eh ne kann ich nicht ah ist das schon wieder dieser bug ich weiß nicht ob ich das richtige allerdings habe was bräuchte man denn tja ok dann seid ihr genauso schlau wie ich was hat was hast du jetzt verwendet das halbortage versuche mal die park habe ich keine da ich habe es darunter geschmissen momentan warte mal umdrehen also ich habe an pc kein ding nix na gut okay dann vergess das hast vielleicht den dauerhaften knochenbruch hilf dort stehen ich kann wieso kann ich überhaupt nicht mit dem interagieren das gibt es auch nicht ich kann ihn nur aus dem tribe jaufen so irgendjemand wollte doch ein zweites äh wollte doch einen bogen haben ja dann ähm aus dem bogen ist jetzt ein dings geworden hier in survivor fluss äh ich stehe gerade mal rein du pezzi bleib mal stehen hast du feine dafür oder ja ich hab neunzig feine noch ich wollte mir das mal von nahe angucken habt ihr zufällig meine tasche schon gefunden nein pezzi hat man dir schon mal gesagt dass du gar nicht so ganz hübsch bist doch das kann man auch freundlich ausdrücken das war doch freundlich das war sehr freundlich ich hätte ja auch sagen können pezzi du bist hässlich wie die nacht danke oh jetzt hab ich gefühle verletzt pezzi bist du noch da ja bei matze das ist reiner zufall achso es ist nichts passiert liebe kinder ich hab keine kausalität da ist wie mit stock äh mit storchen kindern gell pezzi bist du jetzt etwa schon matzeflach äh oh man ich schlepp ihn noch ab das wird alles besser Finger weg du schwere Nöter das wird echt besser so ich bin jetzt noch keinen Lootsack hier na warte von unserem Verhandlungsplatz jetzt hochgelaufen bis zur Basis ich wenn ich durch die Basis durch bin komme ich zu euch ach da unten warst du ja da stand noch ein Bett das hatte ich gar nicht mehr auf der Reihe mhm irgendwie sieht das hier mal alles und du laufst da jetzt ganz alleine hoch Deva ist quasi ähm ja das muss hier in deinem Bereich liegen ich bin den Ding ins runtergepurzelt hier irgendwo ja gut runtergepurzelt dann muss ich hier unten liegen nein ist da was von dieser einen Stufe bin ich runtergepurzelt ich hab Deva danke bleibt da stehen ich komme gleich ich schnapp Deva mal und schlafe es ein bisschen hoch ja so wo ist der pezzi so ich willst du jetzt nicht gerne Bären hauen oder doch ne was was für Bären ja guck ihn dir mal an da weißt du wen er meint aber jetzt krieg ich gleich schon wieder einen drüber bestimmt so Deva ist nichts anderes wie ein kleiner Bär mhm aus einer was schleppst du danach achso Deva ich komme gleich bin da das ist die tote Deva soll ich derweil äh suchen gehen nein bleibt bei uns warte komm noch mehr Alus oder waren das jetzt das waren alle krache ist Blutwurst äh ja naja die sind jetzt jedenfalls um die war alles gehst du da weg ich spür das genau weg Matze soll ich das reparieren mal Matze ach ist egal macht nichts da noch Matze hohohoho übrigens hab ich auch einen Knochenbruch ich hab keinen so ich hab ein Herzchen äh ich sehe Agentarvis über unserer alten Base Matze lass das nein du darfst wieder Wir brauchten doch Federn, oder? Ja. Ja, hol mal beim PC, der hat gerade welche gelassen. Oh. Ich, ähm... Das heißt, du bist schon oben bei der Basis, oder was? Ja, ich bin... Nee, den Agent da bist, der ist zwischen uns. Ich schlaf da mal einfach so oben durch. So, ach, da ist noch einer. Ja, ach Gott, jetzt sind hier schon... Oh, 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 der hat mich, glaube ich, gesehen. Dann komm näher zu mir. Ja, hier sind noch Spikes, ne, er hat mich nicht gesehen. Er läuft noch spazieren. Okay, ich hab da einen, der rumfliegt. Hm. Irgendwie ist das da sehr ruhig. Nein, pscht. Wahrscheinlich kommt gleich Symmetrie um die Ecke gestürmt. Geht sie aus. So, müssen da genau... Na, Janu, sollen wir den probieren? Wenn ihr runterkommt? Ja, ich glaube, den müsst ihr alle machen. Wenn er runterkommt, ja... Ja, er kommt runter, er sitzt jetzt da oben. Ja, dann los. Ich sehe Schadenzahlen. Ja, es waren 150. Noch ein Fall, er macht mir ein bisschen mehr Schaden. Sehr gut. Ich, äh, hole den... ...dings zum Schlecken. Holt einen, okay. So, ich bin da. Ja. Wer noch? Wo ist meine Leiche? Vorne beim Survivor Plus. Bitte den nicht bewegen, weil genau dort liegt die war. Äh. Mit der Spitzhacker, oder? Äh, mit der... Mit der Axt eigentlich. Axt, okay. Machst du, oder? Okay, dann mach. Habt ihr das Messer eigentlich auch schon mal verwendet? Oder passiert? Welches Messer? Das, äh, Sternmesser, oder? Metall. Geht, oder ist er zweitig weg? Metall. Äh, ja, vielen Dank. So, blödes Arschloch. Na. Da hab ich dann halt. Wo bin ich? Wo bin ich? Dankeschön. Bitte. Er hat sich nur ein bisschen rumgeschoben. Ja, ja. Wollt halt auch mal schubsen. Mhm. Er hat sonst nie was zum Sagen, weißt du? So. Gehen wir mal Richtung Deva wieder. So, Deva ist wieder da. Zieht sich mal was an. Bevor die Gäste kommen, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bevor die Gäste kommen, ja. Deva, bei den Wegen, die du zurückklickst, wäre es interessant gewesen, wenn du das aufnimmst. Nur so nehmt er. Das stimmt. Wollte ich nur mal so angemerkt haben, ja? Also nur so nehmt er. Hatte ich die ja? Ich weiß nicht mehr, wen ich hatte, ist egal. Ich reite einfach auf irgendwas. Ich schau mal kurz ein Stück hier vor. Da geht's. So. Ich sehe zumindest da rechts jetzt keine Alus mehr. Allerdings ist da rechts ein Katzengebiet, ja? Nicht darüber, Deva. Nicht darüber, Deva. Warte mal. Da ist aber Limestone. Oh, 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 wo? Ich komme. Warte. Wo ist das? Ich komme. Mats, erinnere dich an die Katzen. Nee, weil Limestone setzt der Verstand aus. Also. Also. Ich schmeiße jetzt von den Knochen einiges weg. Ja. Was? Wir haben doch fast keine. Also Knochen sind dringend benötigt, Lynn. Das geht nicht. Ja, ja, eben. Mangelware. Da ist noch ein, noch mehr. Ja, da ist noch einer. Aber schaut bitte auf Katzen. Katzen. Ja, ja. Ich habe die Polo in der Hand, gell? Mhm. Die Steine schmeiße ich weg. Ja. Weil, ähm, davon haben wir selber genug vor der Haustür. Ja, da kommt aber nichts mehr. Sicher? Bin überlaufen. Da unten ist eine Katze, ich sehe eine Katze. Ja. Ist da unten weit weg oder ist da unten? Da unten. Beim Stein. Hinterm Stein. Mats, dann kommt zurück. Ich habe keine gesehen, ich war eigentlich recht weit unten. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf der anderen Seite weiter. Seht ihr den Stein da in der Mitte? Da ist eine zweite Katze. Okay. Der rechts und links davon sind zwei Katzen. Aber hier ist auch nichts mehr. Pizzi, wo stehst du und von wo... Da. Äh. Und von da sind wir. Jetzt gehen wir weiter. Okay, gut. Ja, du weißt doch, er hat jetzt noch... Neuerdings hat er Grafik in Ark. Hm. Ja, ich auch, aber ich habe sie nicht gesehen. Der Mensch klein ist wohl deutlich mehr geworden. Seid ihr jetzt da runter? Nein. Nein. Wir sind nur ein Stück. Achso, ja, ja. Wir sehen dich. Ich komme weiter runter. Weiter runter, Len. Weiter runter. Rechts, etwas weiter rechts. Rechts. Ja, und da kannst runter gehen. Wo bist du jetzt? Weiter. Ja, genau. Ja, ja, ich habe ihn plötzlich nicht mehr gesehen. Ne, ne, schon klar. Da die Fläche, da hole ich normalerweise das ganze Zeug her, was ich euch abgeliefert habe. So, sehe ich denn hier irgendwas? Kommen wir realistischerweise ans Wasser? Ach, da ist es gerade. Ja, Raptor. Nein, da ist es wieder ein... Kano, Kano ist da unten auch. Warte, der ist gerade zwischen den Felsen durch. Ja. Ich glaube, der jagte einen Gully, meinte ich, weil ich sehe nämlich auch Zinn. Ah. Wo hin? Also, das mit dem Wasser würde mich schon nochmal interessieren in den nächsten Minuten. Ähm, jeder Pflanzen abbauen, Matze. Hier. Bärchen futtern, oder was meinst du? Ja. Matze, ich kann in den... Ich war nur da in der Flasche tun. Ich habe ein bisschen zu wenig mitgenommen. Wo bist du, Peti? Hier. Äh, ja. Danke. Links unten, unter euch. Links unter uns, dort wo man die... Ich habe schon, ich habe schon. Also hier ist auch Zinn. Matze und Matze, du kannst dir gehen? Im Lachkrampf, oder wo? Ja, ja, genau. Im Lachkrampf. Im Lachkrampf ist Wasser. Peti, gib es rein in den Zweiber, wenn du magst. Wobei, der ist ziemlich voll. Ich tausche einfach mal die Flaschen, ja? Ja. Wo ist... Wo bist du? Zum Anflossen. Dankeschön. Das ist vor mir. Wir rennen geradeaus weiter. Achso, da. Rechts von uns ist ein AG. So, da ist drinnen. Der frisst das aber eh nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Rieber ist schon beim Abbauern. Ja, hier ist noch einer. Ups. Was hält er ein bisschen auf? Ähm. Ja, schlags voll, bitte die Brontos nicht an. Egal, was passiert. Hier ist noch ein bisschen Zinn. Da ist es relativ ruhig. Wo sind eigentlich die Alos hingelaufen? Äh, die sind über die Kuppe. Die sind nirgends wo mehr. Da ist noch mehr Matze, die da geradeaus weiter hat. Schau. Hier, ne? Hier. Das ist dunkle da vorne. Ich bin blind. Da? Siehst du den Kran? Ja. Genau den da. Kannst du abhauen. So, meiner ist... Mein Para ist voll. Meiner ist auch ziemlich voll. Ich habe aber noch Platz. Oh, da oben ist noch was. Wo da oben? Ich hole schon System. Also, ich hätte auch noch Platz, ne? Wenn doch irgendwie er was hat. Hm. Du kannst gerne bei dem Zinn mitmachen, Matze. Bei dem? Was liegt denn hier noch rum? Ja, warte, jetzt habe ich alles. Also, auch da vorne ist ein AGE. Ja, ja. Wer ist denn beim Survivor Plus? Ich. Und Matze. Unten ist eine Katze. Die zwei Prontos unten. Ja, da ist auch ein Kranon hinterm Felsen. So, ich habe nochmal zehn. Okay. Aber ich würde sagen, Matze, wir drehen dann wieder um. Ja, ja. Aber hier, das eine hole ich noch. Ja. Rechts unten rennt eine Anke herum. Okay. So, ich bin überladen. Ähm, kann ich irgendwas rausschmeißen? So. Also, ich sehe hier keinen, keinen Dünks mehr. Nee, ich auch nicht. Also, hier ist nichts mehr. Ja, ich drehe jetzt auch um. Oh, äh. Wo seid ihr denn eigentlich? Ähm. Seid ihr Richtung Katzen gegangen? Nein. Nein, Richtung Prontos. Ah, okay. Ja, das ist schon okay. Oh, ich habe mich doch mal ganz brutal überladen. Kannst du noch gehen und ein Tier. Ja, ja. Also, dann steck ab und renn. Ja, ja, klar. Ich glaube, ich auch gerade. Mein Survivor ist auch überladen. Na, komm schon, Rosinando. Stell dich doch nicht so an, hier. Und denk dran, nicht laufen, ähm, wegen Wasser und so. Ja. Ja, im Übrigen, hier ist ein Zugang zum Wasser, ne? Ja. Hier an der Stelle, äh, wo Deva jetzt ist. Wo ich die Waffe? Ich weiß nicht, wo Deva ist. Äh, hier oben, wo Parallelie und, äh, Nachkampf sind. Also, ich sehe jetzt nur Survivor Plus. Ja, ich zeig euch das, warte. Wie falsch bin ich denn dann? Nee, alles gut. Nee, ich laufe zurück und nehme mir beim Fluss. Nein, nein, da, weißt du, wo der Diplo steht? Ja. Da, wo wir runtergegangen sind? Wo wir auf dieser, ja, seht ihr mich? Genau, hier in die Richtung. Äh, siehst du mich? Ja, ich seh da nur. Ich seh Deva nicht, das ist mein Problem. Ich auch nicht. Na, ich, 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 ich bin doch hier. Ach, da, okay. Genau. Äh, in Richtung der Steine da, wo ist denn... In Richtung der Steine da? Wo ist Matze? Ich dreh mich mal um 360 Grad und guck mal in Richtung der Steine da. Nee, da ist kein Matze. Doch. Wo ist der Matze? Ich laufe jetzt einfach wieder. Da, ich seh ihn. Da, ich seh ihn. Ach, da seid ihr schon. Ja, ja, ja. Wie, wie, wie wenig weiter hast du nur eingestellt im Ark? Was? Ich seh ihn von hier schon. Oh, was? Ja, jetzt wo er über den Hügel ist, ja. Jetzt wo er über den Hügel ist, klingt auch gut. Wo ist denn was? Was? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ah, okay, das war zu neiligend. Ach, kann man gemütlich schwimmen gehen. Was ist das? Hier ist auch nett, oder? Ja, ja. Bleiben wir da? Machen wir einen Urlaub. Ja, genau, wenn es da schön ist, dann machen wir doch jetzt eine Runde Picknick bis zur nächsten Folge, oder? Ach, das wäre eine Idee, Matze, du sagst das. Ja. Weiter, weiter, Matze, du schaffst es. Ja, ich will ja nicht rennen. Also, ich kann ja nicht mehr auf Survivor rennen. Ja, stimmt. Wer hat die Schnitchen? Ich, Schnitchen. Nom, nom, nom. Ja, dann machen wir da ein Picknick, bis zum nächsten Mal. Genau. Lagerfeuer, Fleischbraten. Wir hatten doch noch Fleisch, oder? Im Zweifelsfall, ja. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Nee, ach, so schlimm war es jetzt nicht. Ich habe ja von Lünen gerade eine Flasche bekommen. Eben. Eine Flasche heiliges Wasser von ihrer Lindlichkeit. Einfach alles voll machen wieder und dann ist gut. Von seiner Lindlichkeit. Seiner. Wenn du von mir in der dritten Person sprichst, dann seine Lindlichkeit. Ach so, es geht um dich. Es ist ein echter, echter Verlust, dass wir keinen Kaiser mehr haben. Sonst wüsstest ihr, wie man mit dem Chloral Neues Dachs umgeht. Also, aber du bist nicht die Lindlichkeit von jemand anderem, die... Nein, nein, nicht mit meiner Lindlichkeit. Du bist deine eigene Lindlichkeit, also seine Lindlichkeit. Leute, ich unterbreche euch nur ungern, aber mit dem Ausblick würde ich jetzt extra machen, mal folgendweise. Okay. Wenn du das willst. Wenn es sein muss. Ich fürchte ja noch, da kommen ein paar Agis noch auf uns zu, wenn wir da oben lang gehen. Ist aber schön hier. Hm, ist es auch. Ja, wir brauchen ja auch noch Federn, so ist es nicht. Na, Federn brauchen wir massig. Ja, denn? Ja, war das von die Verabschiedung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer hat denn angefangen? Lin? Ach so, ja. Ja, ich denke so, von wegen, ja, wir beenden nun überhaupt. Na gut, überhaupt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten... Genau. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Oh, ein Schweinchen. Ja, tschüss. 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 Brauchen wir noch...